Handel, dieses Wort ist unsere Maxime. Seit 1982 arbeiten wir, die Klatronik-Gruppe, täglich daran, innovative und nah an den Bedürfnissen der Endverbraucher orientierte Elektrogeräte auf den Markt zu bringen. Von A wie Automatikentsafter bis Z wie Citruspresse. Unter unseren fünf Marken vertreibt die Klatronik-Gruppe über 1000 Produkte aus den Bereichen Elektro-Kleingeräte, Elektro-Großgeräte und Unterhaltungselektronik. Vom praktischen Küchenhelfer bis zum innovativen Trendartikel. Unsere Produkte folgen den neuesten Lifestyle- und Techniktrends und finden somit den Zuspruch unserer zahlreichen nationalen und internationalen Kunden. Hierbei legen wir mit unseren intensiven Qualitätskontrollen höchsten Wert auf die Qualität im europäischen Standard. Seit 1982 expandiert unsere Unternehmensgruppe gesund und kontinuierlich. Mit einem jährlichen Warenumschlag von rund 10.000 Standardcontainern gehören wir zu den führenden Elektro-Handelsunternehmen in Europa und können uns über einen überdurchschnittlichen Marktanteil freuen. Über 200 Mitarbeiter handeln international hierbei stets mit dem verantwortungsvollen Blick auf unsere Kunden. Denn zu einem guten Handel gehören immer auch zwei zufriedene Handelspartner. An unserem deutschen Unternehmensstandort im niederrheinischen Kempen und weiteren Außenlagern in der Umgebung werden täglich auf über 100.000 Quadratmetern großen Logistikflächen rund 40 Standardcontainer pro Tag umgeschlagen. Zusätzliche Standorte in Polen und Hongkong helfen dabei, unsere Kunden in über 50 Ländern der Welt just in time zu beliefern. Platronik. Wir machen Handel einfach.